Hi, mein Name ist Pia-Lena Siebert und das ist mein Studio Stadtgazellen. Wir stehen für effektiven Sport in einer familiären Community für Frauen und Männer mit dem Schwerpunkt Aerial Fitness. Neben unterschiedlichen Pole Dance Kursen bieten wir eben auch Aerial Hammock, Aerial Hoop, Flexibility Kurse, Workouts und Aerial Yoga an. Und an den Wochenenden finden Specials, Workouts, Workshops und Junggesellenabschiede sowie Pole Partys statt. Sport und Fitness war schon immer ein großes Thema in meinem Leben. Ich hatte mich dann damals neben meinem Hauptjob selbstständig gemacht und habe als Trainerin gearbeitet, habe dann die Stadtgazellen entdeckt und mit zwei Kursen pro Woche fing es an, artete dann komplett aus in sechs bis acht Kursen die Woche plus Stunden am Wochenende. Ja, und seit dem 01.01.2023 habe ich dann das Studio übernommen, bin super glücklich und darf mich jetzt Inhaberin nennen. Ich bin überglücklich, dass das Stathaus mir von Anfang an, von meiner Idee, von meiner Vision mich unterstützt hat, mich kompetent beraten hat, mich an die Hand genommen hat und ja, ohne das Stathaus wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich bin überglücklich, dass das Stathaus mir von Anfang an ist.